Könnt ihr das sehen? Die Servicetechniker waren vor mit zwei Autos vor Ort. Tjo, weiß nicht wann sie weg sind. Tjo, aber wie ihr sehen könnt, raucht das trotzdem noch. Und Brandgeruch haben wir auch. Das ist alles ein bisschen sinnlos, was die Jungs machen. Ist schon komisch. Vielleicht kriegen wir heute Abend noch ein bisschen mehr zu sehen. Im Moment ist das vom Licht ein bisschen doof. Ich müsste rechts hinter den Schornstein. Aber ich kann es hier sehr gut sehen. Das ist der Hit. Moment.